Hallo Leute, Grüße zum Witz des Tages von der Minute am Hinter. Heute ist der Herr Schafwitz. Mal sehen wir mal weiter. Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages. Ich war's jeden Tag. Heute ist der Herr Schafwitz. Und zwar ist der von Alfred Schmidt und ich soll von ihm den Alexander Stahl und den Witz geordentlich Herrn Metzger gewüßen. Und der Alfred hat mir den Witz des Witzes geschickt. Könnt ihr auch? Ja, Schafwitz. Da geht's so um. Kommt dann ein Mann mit dem Schaf auf den Arm in das Schlafzimmer zu seiner Frau und sagt dir, Guck mal, das ist die Sau, mit der ich schlafe, wenn du Kopfschmerzen hast. Dann sagt die Frau, du Idiot, das ist doch ein Schaf. Und dann sagt der Mann, ja, ich rede auch nicht mit dir. Und er sagte, ich rede auch nicht mit dir. Und er sagt, ich rede auch nicht mit dir. Und er sagt, und ich rede auch nicht mit dir. Also der redet mit seinem Schaf und sagt zu ihrem Schaf, das ist die Sau, seine Frau ist die Sau, mit dem er schläft, wenn das Schaf Kopfschmerzen hat. Also liebt er sein Schaf und ist seine Frau da. Okay, ciao, komm, mit Abonnieren.